Am 25.09. heißt es WXW Catch Grand Prix Blitzturnier im Kongresszentrum in Oberhausen. Coach Dreisker ist dabei und in der ersten Runde geht es direkt gegen Maggot in einem First Blood Match. Maggot, du bist nicht unbeteiligt daran, dass bei 20th Anniversary Anil und ich unsere WXW World Tag Team Titel nicht zurückgewinnen konnten. Und es wird mir eine Freude sein, dich in der ersten Runde blutig nach Hause zu schicken. Danach geht es für mich weiter, entweder Ambition oder Relaxed Rules. I don't care, um danach im Finale nach Catch Grand Prix Regeln den Pokal nach oben zu stemmen. Das Blitzturnier des WXW Catch Grand Prix 2021. Am 25.09. im Kongresszentrum in Oberhausen. Viele spannende Stipulationen, beispielsweise das Match in Runde 1 zwischen Robert Dreisker und Maggot. Es heißt First Blood.